der Euro von jetzt ist es die Führer oder wo mit dem Mann Wasser wo auch so um die also mal schneb ich da drin Tom B. Deutelte sind und ich trink wieder ein Trübchen Stürbchen Stürbchen geburt lasst euch nicht daran schützen nicht die Lachen ein paar macht drüber was? bau nur auf die Lava drüber wow ne ich will die auch nur aber da unten ist hier so ein Edelstein das wir mal eben abbauen so lass mich die mal machen ich kann die alle bauen hinten die Steine naja und nicht versehentlich die Lava freilegen wo ist ein Edelstein? da echt! wow das war ein Wurm was war das? ja ich bau die Fakes ab kümmer du dich mal drum dass wir Wasser finden wieso wofür? ach wegen Obsidian? ja ja ich hab keinen Eimer ja oben ist ja ganz viel Wasser die ganzen ja da müssten wir sozusagen einen Tunnel hier runterlegen mit Wasser und die Edelsteine hier nicht abbauen alter sonst läuft die Rade rein das ist kein Problem warte ich lass mal das Wasser hier runter ja so das sind jetzt zwei Edelsteine und die weil hat einer von euch einen Eimer dabei? äh ne so wie ich meinen Skill kenne fall ich gleich runter und sterbe aufpassen wasser kommt das war nicht gerade wenig ok mach mal hier ähm ihr säuft gleich da unten wenn ihr nicht weg geht wir brauchen mehr Wasser mehr? ja wow das scheiß Dinger hier noch mehr Wasser ok das ist ja ich hab jetzt ich hab jetzt eine Wasserbrücke auf die Lava gemacht ja ich bin natürlich gestorben na klar das ist echt bitter you were slained so ein scheiß amethyst sind das für Dinger aufpassen da kommt noch mehr Wasser ja ganz viel ganz viel du kannst ja so viel machen wie du willst ja das mein ich gern boah ich muss jetzt so weit nach unten gehen ähm so direkt das zwischendurch immer so leck mich es leckt ja mehr 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 viel mehr Wasser ja ja ich bin grad nichts so da noch ein bisschen das dauert ja ein bisschen bis es unten ankommt ne so und jetzt eine riesige Quelle ich glaub noch mehr brauchst du einfach nicht außerdem ist gleich der komplette Tunnel unten dunkel ne ist er nicht go go das ist für dich extrem viel was ich hier brauche die ganze Rackel sind weg das reicht lange nicht was du mir hier nur gibst äh pass auf was gleich da ankommt ich kann's gleich nicht mehr stoppen wenn du sagst stopp ja ist mir egal nicht stoppen ohne Witz wir müssen hier ein ganz Lava-Seer austrocknen das reicht bei weitem nicht ja warte es kommt doch jetzt ganze Zeit ne bei mir nicht ach oh werd nicht sterb bevor ich unten bin es fließt und es fließt immer noch überleg mal wie lange der Topf ist ah ja jetzt kommt viel Wasser ja überleg mal und der fließt immer noch ja das ist gut das ist gut hier passiert nichts mit dem Wasser und wenn das Wasser gleich abgeflossen ist kann ich hier mal reingucken ob da noch irgendwo tun oder so sind die Wasserphysik ist komisch irgendwie jetzt wird doch hier Obsidian hergestellt nice ah Wurm perfekt ja so ist das gut mit dem Wasser jetzt kannst du wieder stoppen wie soll ich denn stoppen da kommt jetzt noch ne ordentliche Ladung nach so jetzt hat es aber aufgehört zu fließen also das dauert ein bisschen bis es jetzt aufhört jo passt schon falls du noch mehr brauchst hier ist nochmal so viel jo passt jetzt jetzt muss ich aber erstmal wieder die ganzen Fackeln fließen ach ich bin wieder ertrunken ich Idiot wie dumm bin ich eigentlich atmen Tom atmen oh fuck ich ertrink ja auch gleich wenn ich so weiter langsam runter geh irgendwie stockt mein Rechner jetzt warte mal kurz ja eigentlich müsste es jetzt wieder gehen ich hab nur mal grad oh das war knapp geschaut merke nicht auf dem Obsidian stehen wenn du es abbaust ja das ist klar und atme Tom atmen ja ich denke schon dran Clemy du musst auch atmen Jo Muscle Gib mir Obsidian Gib mir Obsidian Gib mir Obsidian hier ist noch ein bisschen oh rechts ist noch Lava ach Tom wow das machst du ganz toll das macht man mit nem Schwert du Hilt Hallo Alter Schwert was hat er noch gehört gerade mal richtig heftig heftig 3 3 Prozent ja ich hatte mega leck 3 3 3 das ist doch nicht so viel Lava da rechts 3 Blöcke oder so also dann ist das Wasser dass wir glasenzen ich jetzt einfach runterfallen okay ich falle ich okay okay ich falle ich okay 900 Fuß ah da unten 100 Fuß ah da unten 500 Fuß 300 200 ein und irgendwie wie ich das Gefühl habe doch jetzt kommt was so Bomben oder so 2 weil wir müssen das da unten weg sprengen 2 2 wir könnten es abfließen lassen ja müssen wir irgendwie abfließen lassen hm ja lass uns mal hier zu einer Höhle buddeln oder zu irgendeiner ja da kommt ja jetzt die Höhle unterm Wasser hm ich hoffe nicht ob man bei dem Handy Obsidian verkaufen kann ja aber das bringt glaube ich nicht so viel ne kann man nicht die Blöcke kann man nicht verkaufen ok also das kann man dann auch zu Barren einschmelzen ja die Barren kann man aber verkaufen wow ok äh Wasser eben ja da unten haben wir noch mehr Lava optimal ja wie viel Obsidian wollen wir dann farmen ja so viel wie es nur geht ne weil nachher wenn wir den Altar haben äh nicht Altar den Ofen den Feuerofen da hast du noch ein bisschen Obsidian ja aber nur ein bisschen ich muss atmen ich muss atmen nicht vergessen atmen so ich mach hier unten mal so ne Holzplattform hin so dass ich mich da drauf stellen kann das fließt verdammt langsam ich wollte auch grad sagen ja also irgendwie hab ich das Gefühl dass wir der Lava gegen immer näher kommen ja das tun wir ja auch leise an äh halt stopp 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 verschwenden das ganze wir stoppen das ganze äh wir verschwenden das ganze Wasser hier äh weil es einfach weiter fließt mhm aber warte ne so ertrink ich hier gleich hier unten ist übelst das riesige was? hier unten ist übelst der riesige Raum ok dann kann ich das Wasser weiter fließen lassen ich muss das weiter oben stoppen irgendwie komm mal runter hier mit deinem Hook komm zu mir wie was? ich brauch Hilfe da sind zu viele Gegner wo sind denn hier Gegner? bei mir unten ok ah da ist Lava achso warte du bist weg wow ich hab jetzt voll viel Kupfer gefunden ich hab auch ne Menge Kupfer vor hier boah alter ich seh ich schon ich komm mir schon entgegen ey so so äh ja wie gut dass du da oben hängst ja ich sag doch äh häng dich mit deinem Grappling Hook irgendwo hin sonst äh wird das relativ äh schwer ach tsch 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 ach fuck das Wasser ähm ach fuck das Wasser ähm guck mal was aus meinen Pilzen geworden ist noch irgendwie gar nichts wollen nicht wachsen noch wollen sie nicht wachsen komm runter ich hier hier unten habe ich ne ordentliche kält maschine GELD Flatsch Jaja ich mach mal weiter das Haus Und ich soll hier unten alleine alles umbringen? Ne, ich mein, ich mach, äh, hier Wegen Die respawnen doch ständig Ne, ne, wegen den NPCs, dass noch mehr kommen Und es fehlen noch ein paar Okay Auf jeden Fall müssen wir noch mehr Bäume pflanzen, damit der Dryade, glaub ich, kommt Oder so Dryade? Ja, der verkauft dann auch Seeds und so Aha Der ist unwichtig, aber Kann ja nicht schaden, den zu haben Hi Clemy Hallo Mein Hook Es ist der gerade ausgegangen Kann man sich nur für eine bestimmte Zeit festhalten Da irgendwo, oder was? Nö In mir ist der Hook gerade flöten gegangen Und ich bin fast krepiert Das ist nicht gut Wirklich nicht Krepiert Schleime Und irgendwas leckt bei mir ständig rum Ich bin's nicht Hm Nichts tun gut, aber ich geh mal nach oben So Ja, ja, und mich dann hier am Necker Ja, ich muss mich heilen Lass mir mal ein paar Fackeln da Okay, da hast du ganz viele Fackeln Okay Weeeeeee Yeeeeh Yeeeeh Hurray Ja, sag mal, was ist das für ein Problem, was mein Rechner da gerade hat? Keine Ahnung Mit dem Umgeleger Du klingst irgendwie auch anders Mann, 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 Mann Ich klinge anders? Ja Oh Das ist nicht gut Fucker Plattform 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 Und mehr Plattformen herstellen Sag mal, was für einen tiefen Tunnel, wie wir machen Das ist krass Geht so, ne? Wir sind noch nicht mehr in der nächsten Gegend Sag mal, wie kann man überhaupt in die nächste Gegend kommen? Ich hab ja gesagt, das ist ja noch so gar nichts Das geht noch viel tiefer Und selbst wenn du schon am Schluss bist, geht's noch viel tiefer Alter, der Gegend ist ja mal Weil selbst wenn du in der letzten Gegend bist, die ist noch mal so tief, wie wir jetzt gegraben haben Weil noch viel tiefer VTF Das ist ja in der Wande offen Wir müssen mal irgendwann zusammen ganz weit irgendwo hinlaufen, nach rechts oder links in einen Dungeon suchen Zusammen Boss hier platten Okay, und da gibt's auch extra Items? Äh, kann sein Auf jeden Fall gut Geld, aber dafür brauchen wir ja viel Rüstung, Leben und mehr Damage Also okay, machen wir erstmal einen Dungeon Also hier, weiter Hm? Ich muss nach oben Dauert's lange Ja, es dauert eine sehr lange Zeit Ja, Gremium ist 2000 Feet über mir und ich bin an der Oberfläche Okay, das ist schön Ich glaub bei Ich bin grad genau zwischen euch beiden Das ist doch hart Wobei ich näher mich dir, Dani Wow, wow, wow Schleimel, mach mich fertig Okay, das ist schön Okay, das ist schön